Oh, ein Luke. Oh, ein Luke. Geht's dem Daumen wieder gut? Geht. Geht. Zum Spielen reicht's. Oha. Ich wäre beeindruckter, wäre es nicht die Mordansteuerung gewesen. Ich wäre beeindruckt. Wie hast du die Hörner verdient? Mit dem Worldtour-Modus, quasi die Story-Kampagne. Da gibt's Shops, da kannst du dir Dinge kaufen. Och, Mann. Der will nicht nochmal. Nee. Direkt zu sehr auf die Fresse gegeben. Ja, vor allem wie schnell er auf verlassen gegangen ist. Aber magst du die Hörner, guck mal, ich habe auch eine neue Hose. Oh, zwei Siege-Serie. Manon. Manon ist heavy. Geiles Outfit. Ja, die Würfe, die kicken halt immer so hart. Ja, die Würfe, die kicken halt immer so hart. Oh, fuck, ich habe zerkackt. Glaub es nicht. Ich habe einfach gar nichts eingegeben eben. Ja, die Würfe, die Kicken halt immer so hart. Ja, die Würfe, die Kicken halt immer so hart. Ja, die Würfe, die Kicken halt immer so hart. Oh knapp aber gute kämpfe rematch rematch du willst es doch auch es gibt glaube ich kein kampfspiel in dem die ranglisten kämpfe so schnell hintereinander abspielbar sind das ist halt mega krass ja ecke ecke scheiße Oh, was? Was kennt ihr? Ich habe den Ult verkackt, den hätte ich noch mal ranhauen können, dann hätte die Combo ihn zwar ermichtet, aber bin ich noch nicht drin genug. Ich habe den Sprinklern, aber... Ich habe den Sprinklern, aber... Oh, das war's, das war's, das war's. Sehr gut. Arsch. Na komm, Rematch. Das werden wir jetzt nochmal probieren. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, das war so fucking schnell. Das zum Beispiel, ähm, er macht ja seinen komischen Kick nach vorne und man hat da keine Punish-Time, zum Beispiel mit einem mittleren Punch. Das war heftig. Dann nicht mal mit einem Light-Punch. Wie safe ist denn sein Move, bitte? Ja, das finde ich viel zu safe. Normalerweise, wenn man irgendein Super gegen den Gegner macht, ist man danach Punish-Bull. Aber ist er nicht. Deswegen hasse ich Ken so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, was ich dagegen machen soll. Nee, komm mir noch nicht ran. Du müsstest wahrscheinlich auch mal Frame-Data rauslesen und wissen, was da schneller ist, aber hier kriegst du einen Daumen. Aber keine Ahnung. Nico hat den Gegner. Ja, JP. Das ist ja spannend. Oh ja, ich hatte den ganz schlimm und der hat sogar den Skin von dem, den Special. Oh, der hat eine Aufstiegs-Chance, der kann Gold-3 werden, weil er mich besiegt, der ist motiviert. Der ist motiviert. Oh ne. Nee. War nicht wie ein Schienen, die ich spiele. Oh, der hat mich. Da wird das alte Aufstiegs-Chance. Kannst mal rankommen, ey. Das sind immer meine Nemesis, ey. Charaktere, die auf Abstand spielen. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich machen soll. Natürlich. Ich hab die Kombo verkackt. Nein, ich hab die Kombo verkackt. Alter, aufwärts. Ach, das ist ein Wurf. Oh, warum hat der Griff nicht geklappt? Siebener Siegesserie. Der ist machbar. Der ist machbar. Oh. Nicht gehittet. Fass es nicht. Na, na, na. Ich ahne aber nicht, dass das ein Wurf ist, was er macht. Na, na, na. Manon. Manon. TP Match. Ich kann unspike. Ich glaube, das hasst er jetzt. Die Siegesserie ist weg. Das ist gut gemacht. Den kann ich nicht damit cutten. Nein, nicht wehtun. Ja, dieser Wurf. Alter, wie viel? Ein Drittel der Hilfe ist weg, oder? Das wollte ich nicht. Oh, Mann. Ja, das ist der getroffen, Mann. Aber, Leute, ich habe seine Siegesserie zerstört. Das ist alles, was ich wollte. Ja, es reicht. Ja. J.P.s hassen diesen Trick. Oh, einen Daumen. Doch, ich kann noch. Sehr gut. Oh, eine Reihe. Das ist auf jeden Fall schnell unterwegs. Oh, eine Reihe. Ja, das ist der kleine Reihe. Oh, das ist der kleine Reihe. Oh, ich kann noch mal sehen. Oh, was war das? Oh, es war das? Oh, was war das? Oh, was war das? J.P. ist richtig Hammer, ja. Ja, also was der teilweise für krasse Moves kann, heftig. Hätte er mich besiegt, dann wäre er tatsächlich auch aufgerankt, glaube ich. Das ist doof. Rematch? Ne, macht er nicht. Schade. Oh, Cammy. Hatte ich schon mal eine Cammy außer Arn? Glaub nicht. Haste Cammy. Zumindest nicht, äh, zumindest nicht onstream. Auf die 500 Mal. Jeder gespielt hier für den Cammy. Ich bin wirklich gerade gegen den Cammy. Da, jetzt. Ein Honda. Ja. Uh. Go Cammy, go Cammy. Ha. Alles parteiisch. Mann. Stuhligen Moin! Danke dir! Danke dir! oh Oh, verkackt, ich fass es nicht. Da hätt ich halt den super grad dran machen können. Das liebste, ey. Okay. Das war's für heute. Oh Yes So, Dreieck Schon wieder Cammy? Weiß jemand, wie die von eben hieß? Es ist immer Cammy, Nico, ich sag's dir doch Ne, ist ein anderes Outfit Oha Ach, der Siegesserie, ich glaub die Cammy wird schlimmer jetzt Und Mortar, Luke, ich mag nicht Mortar Ja, ganz anderer Schnack jetzt Oh, mit dem klassischen Outfit Oha Ich krieg richtig aufs Maul jetzt Ne, okay, springen geht nicht bei ihr Eieieieiei Eieieiei Eieieieiei Ja 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 Ja, ja, ja! Nein! Oh, ich hab mein Ult nicht rausbekommen. Mit dem Dreierart hätte ich halt jetzt gerade gewonnen, ne? Wie kein Rematch. Bock auf dich. Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Also Shiki spielt zwar gut, ne? Aber so eine 9er-Siegeserie, ja klar, ne? Wenn man einen Gegner nie eine Rematch-Chance gibt. Geil. Nett. Wer das Oldschool Kimmy-Outfit ausgepackt hat, hat auch Kimmy viel gespielt, ja. Okay, warte mal. Chun-Li, DJ oder Honda? Weiß aber noch nicht genau. Also von den dreien ist Chun-Li die anspruchsvollste. Kombo-technisch, kann ich dir so sagen. Nachdem ich alle Kombo-Challenges gemacht habe mit Chun-Li. Übel. Also wenn du richtig krass alles raushauen willst. Aber dafür ist sie super schnell und macht mega viel Spaß. Ja, DJ ist auch anders wild. Yes. Honda habe ich zu selten gesehen. Also ich glaube, Honda kann auch echt, aber den sehe ich nicht auch. Oh Kimberley, das sieht man auch nicht so aus. Kimberley hat ja auch schon lange nicht, ne? Da bin ich gespannt, dass Nico. Ah, jetzt gibt es viele mit anderen Outfits, ne? Naja. Du kriegst die ja im Burntour, oder nicht? Ich weiß nicht, ne? Oh Gott. Oh, mittlerweile gibt es echt viele, ja. Ja, Outfits. Oh Kimberley, wir haben auch schon besser. Das Outfits ist gar nicht so. Wo ich das andere glaube ich lieber mag, dann kommen die Husten besser zur Gage. Aber das Gesicht ist bei denen besser, kommt nicht wahr. Oh, will ich nicht. Mann, diese Big Ecke, ey. Das ist was. Oh Gott, das ist Puh. Ich kann da nicht mehr weg, ich kann da nicht mehr weg. Nee. ich will auch nicht wieder rein nicht okay das ist ihr ding immer neutral es ist auch wirklich immer dasselbe noch okay ich glaube ich glaube ich bin tot aber jetzt ist so schnell ja ich bin auch ganz froh wenn ich mal jetzt andere gegner weil man muss das match-up mal trainieren weil keine ahnung was sie so machen es ist Slow. Man, wir spielen mehr als Deathserve. Victory! Oh, der ist... der kommt immer so spontan raus. Oh, Eki. Oh, Mann. Neutral jump. Da weiß man, was du machst. Warum gehen die mal raus? Oh, Mann. Sehr gut. Hä? Den Move kannte ich nicht. Was war das denn? Ja, genau. Direkt ganze Kunde rauskuhauen. Ja, genau. Direkt ganze Kunde rauskuhauen. Ja, genau. Oh, du bist... ... ... ... wirklich so knapp das war knapp das war knapp aber beim zweiten match dann schon besser auf sie eingestellt ja der hat er auf jeden fall seine seine combo hat er drauf also aber sie eigentlich zugucken wir wissen wie man und spieler spielen ja 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 Das war's. Oh, das wollte ich nicht. Oh, ist egal. Nein. Gewastet. Er hat sich gebrochen. Ah, richtig gewastet. Oh, irgendwann will einer in Rematch. Das finde ich schön. Oh, warum ging das jetzt nicht? Ich hoffe es nicht. Ich kann nicht doch eigentlich die Combo. Ich meine, die Cam ist unscharf irgendwie. Nee, das ist nicht die Cam ist ja selber. Ja. 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 Das hat jetzt ein bisschen gebraucht. Aber dann habe ich es auch verstanden. Ah, Mann. Nicht cool. Ja. 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 Das war's. Ah, noch einmal, Mann! Ich wollte sogar das gleiche Match-Up-Wohnen weg, ey. Das ist super. Hatsch das, ey. Mann, ich hab den fucking special schon wieder... Warum krieg ich das jetzt nicht raus? Ich war jetzt auch ohne, Nico. Ich hab auch gerade solche Probleme. Oh! Oh! Ist die Kamera immer noch unscharf? Alle? Oder hat sich das eingekriegt? Geht wieder, okay. Okay. Danke dir, danke dir. Hasse sie. Bist du gegen Marisa? Ja, ich kämpfe gegen Marisa. Hast du sie mehr als meine? Oh, nein. Die ist weniger defensiv, aber trotzdem, sie macht halt zwei Hiebel und der Damage ist einfach... Total. Oh, ein Ken! Oh, das war knapp. Sechs Sieger in Folge. Ja. Boah. Oh, Mann! Oh, Mann! Mann, Isar! Schmerz! Flopp in Windelweich... Seher gut. ich sehe keine sieben sieger tja das war's 6er siegesserie ist weg er hat es einfach zerstört er hat ihn verletzt Ehre genommen du kleiner wichser ich sag's dir ich bin so angepisst dreimal hintereinander dreimal okay dachte er macht irgendwas anderes oh 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 Mann. Victory! Oh, trifft das? Ja. Ah, what? Not so bad. Fire it up! Show all the mutants! Forward! How about you? Show all the mutants! Forward! The Wurf in the Ecke! There is he again! Ah! Ah! Es nervt mich, weil... Eigentlich hätte ich ihn locker schaffen können. Ah, ich... darf nicht springen. Warum? Warum? Sein Ernst jetzt? Nooo... Naja, okay. Juken geht einfach gegen alles. Juken geht einfach gegen alles. Gar kein Bock! Darwass. Profis habe ich mit den Geschmacken? Oh mein Gott! The Vorstellungen. Das ist in der Kiste. Die Verteidigung. Die Verteidigung. Deinemad Neid. Die Verteidigung. Die Verteidigung. Die Verteidigung. Die Verteidigung. Die Verteidigung. Alter, was? Hälfte der Hälfte. Jetzt geht das Gewerfen wieder los, ne? Kannst du halt haben, ja. Weg mit dir. Oh, dann geht das auf. Bye. Oh man. Ich kriege da echt noch mal. Oh, ich hasse Ken. Aber gewonnen. Das ist doch schön. Und einen Daumen da gelassen. Hat er sich verdient. So. Okay, Leute. Das war's für heute. Wir gehen eine Runde. Wir gehen eine Runde? Raiden. Danke nochmal Arcade für den Raid. Danke Ludrig für den Follow. Danke Gwenny für den Follow. Und Flamesieker für das Gift-Sub. Und Gettnik für das Gift-Sub. Das war wirklich ein guter Stream. War echt viel los. Hat richtig viel Spaß gemacht. Danke.